Und jetzt hitte ich einmal und sieht so aus, als hättet ihr wirklich einen Client. Hey, es gibt einfach eine Möglichkeit, die habe ich jetzt selber entdeckt, wie ihr jemanden bei einer BÜ einfach mal so richtig schön verarschen könnt. Und wo es denn so aussieht, als wenn ihr hacken würdet. Und es ist eigentlich ziemlich leicht erklärt, wenn man es weiß, es ist einfach nur so simpel, aber es sieht halt einfach so aus, als wenn du hacken würdest. So, ihr braucht dafür kein spezielles Tech-Jub-Hack, ihr braucht dafür einfach nur ganz normal Labby-Mod. So, hier macht man ja bei einer BÜ auch manchmal das hier, wenn man dann im Gang geht, dass man das hier zum Beispiel auf P legen sollte, um zu gucken, ob man da irgendeinen Hack-Handler so hat. So, jetzt gehen wir hier ganz normal hin, bis dahin ist das und jetzt soll man einmal schlagen mit P. Jetzt schlage ich einmal und es ist tatsächlich so, als wenn ihr Range-Hack hättet. So, ich zeige das jetzt nochmal, also ich gehe nochmal hier hin, ganz nach vorne, wo man halt hin kann, bis da. Jetzt schlage ich einmal, also ganz normal wieder bei P, schlage ich wieder. Das ist, äh, ja, ein bisschen, äh, das sieht natürlich sehr komisch aus und, äh, so, wie das alles funktioniert und, äh, wie man tatsächlich es aussehen lässt, als würde man mit einem kleinen Spielen, zeige ich euch aber nicht in diesem Video, das zeige ich euch nämlich erst im morgigen Video. In der Zeit könnt ihr mal ein bisschen in den Kommentaren raten, wie genau das denn gehen soll. Ich werde das Video, äh, morgen ganz normal uploaden, äh, wo ich erkläre, wie man das hier, äh, machen kann. Ihr braucht dafür weder ein spezielles Texture-Pack noch sonst irgendwas, sondern einfach nur ganz normal Labi-Mod. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und, äh, ja, bis zum nächsten Video. Also, bis morgen. So, und wie das funktioniert, ist einfach so scheiße simpel. Ähm, ich mache das nur einmal kurz. Ich gehe nämlich einmal kurz wieder in die Chat-Settings und, äh, mache die Sichtbarkeit hier wieder hoch. Das ist nämlich, wenn ich jetzt hier was in Chat schreibe, dann gehe ich hier auf Chat-Settings und mache das hier runter, dann sehe ich nicht mehr im Chat, wenn ich was ändere. Und dafür gibt es nämlich einen, äh, kleinen Trick und zwar, seht ihr hier, ich habe mir Game Mode 2 auf P gelegt. Und wenn ich jetzt auf P drücke, bin ich in Game Mode 2. Das heißt, ich visiere gar keinen Block mehr an. Ihr seht jetzt, ich visiere einfach gar keinen Block mehr an. Auf F habe ich mir jetzt Game Mode nur gelegt. Ähm, und ihr seht, wenn ich hier vorne jetzt einfach, wenn ich jetzt P drücke, schlage ich ja, und dann visiere ich einfach keinen Block an. Das Ding ist nur, ich visiere gar keinen Block mehr an. Denn das ist halt einfach der kleine Trick dabei, dass ihr dann im Game Mode 2 seid. Das macht ihr ganz einfach hier mit Autotext. Ähm, das müsst ihr bei Minecraft-Chat müsst ihr hier Autotext anhaben. Äh, und so könnt ihr halt die Leute einfach wirklich verarschen und so tun, als wenn ihr irgendeinen Hackland hättet. Und, ja, könnt ihr da in den BÜs, könnt ihr immer so ein paar Leute damit trollen. Und, äh, stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor, wenn, äh, wie er dann reagiert. Ähm, ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ähm, wie das Ganze nochmal funktioniert. Ich mach nochmal F, wenn ich im Game Mode 0 bin, ihr guckt einfach bis da ganz vorne, wo ihr hingucken könnt. Ähm, geht dann auf Chat-Settings, äh, macht das hier, äh, die Sichtbarkeit runter auf 10%. Jetzt seht ihr nämlich nicht mehr, wenn hier irgendwas in Chat geschrieben wird. Gerückt sie an P, und, ähm, wenn wir jetzt aber mal Chat-Settings und die Sichtbarkeit wieder hoch machen, sehen wir, Your Game Mode, äh, Your Game Mode has been updated. Das bedeutet einfach nur, dass, ähm, mit dem Game Mode, dass man einfach Game Mode 2 ist, ähm, aber den Chat dabei aus hat. Aber ihr dürft den Chat, by the way, wenn ihr jetzt Chattings habt, nicht auf, äh, Only Comments, äh, Comments Only oder so machen, weil dann könnt ihr selber keine Befehle mehr eingeben. Hm, 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 hm. So. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Trick. Ihr könnt dabei ja noch ein paar Leute damit verarschen. Äh, den hatte ich mir gerade selber noch ausgedacht. Und ich, ich find's eigentlich ganz nice und so ein bisschen BÜ-Trolling, finde ich eigentlich immer, ich mach eigentlich immer, wenn man sowas macht, kannst du auch mal Fun machen. Äh, es gibt ja immer. Ja, habt auf jeden Fall Fun, wenn euch irgendwie jemand beüht, immer so ein bisschen so zu trollen und dort so zu tun, als hättet ihr einen Hack-Client. Und, ähm, ja, das war auf jeden Fall die Auflösung und, äh, ich stell mir das ziemlich gut vor. Ciao.